Hallöchen, Hallöchen, das war wieder bei Decken 8 und ja, wir legen direkt weiter los und wünsche euch viel Spaß. Hallöchen, Hallöchen! Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen! Believe in yourself and look to the future. Jin? Stando al futuro che hai visto, succederà qualcosa di grosso. If we don't act now, Jin Kazama, the light of the red star may never return. Okay. If we don't act, we don't act like that. 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 Call me Victor. I don't like my name code. We don't act like that. We don't act like that. We protect the dignity of humanity. We protect the dignity of humanity. I don't act like that. I don't act like that. Ihr solltet, dass alle weggekehrt werden müssen. Das ist alles, was wir. Es wird nicht lange bevor... Zafina-san! Die! So will you? Yvonne! Wie ist das denn? Das wird dir ein Weg, ein Weg, ein Weg, ein Weg, um dich zu verletzten. Das ist mein Anfang. Eijin, der Wind ist... Jäukushima? Du bist ein Schöne der Hoffnung, für alle. Sofina-san, bitte! ...di vivere. Per il mondo. Per coloro che ami. Claudio? Il Lalliusi? Lass, ciò che c'è un'energia più forte! C'è un'energia più forte! Allora, vieni! Ich bin, Erzazel! Was hast du verletzt? Du bist mein Teil! Was ist das? Hm, Kraltian. All die Kraft haben. Boah Ok, der hat sonst schon Power Hallo Ich muss mal da sonst viel nah rangehen Wenn du aus dem Es ist ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb. Wer ist? 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 Wer wird? Wer ist? Wer ist? Wer ist? Wer ist? Wer ist? Nein! Autsch... Was tut jetzt? Noch mehr heran, vorher! Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, dass mein Kraft ist, Ich bin schon von Ihnen verletzend. Okay, das wird hart. Jin Kazama, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina. È importante che tu torni all'origine. Jin, o maiには o mai da che la nasceru koto ma aru. Kimi wa mo hitori ja nai, wale wale ni mo hana o motasete kureta mani. Excellente. Iodana, 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 o ancora un asso nella manica. Puoi farmi guadagnare tempo? Puish compter sur toi. Osserva! Ora, inizierò il rituale per esorcizzare il demone. Rilascio del sigillo! 귀찮지만, guaduro chuci! Zei! ASTRO! Iarra! 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 Jetzt ist es ein Korki! Das ist ein Korki! Ich werde nicht mehr weggehen. Ich werde mich nicht verletzen. Es ist so stets... so stetspielen Halt... aus dem Bauch auch noch Okay, das war doch dann Power in this Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Wettbewerb ist das? Wie ist das? Du bist... Der Wettbewerb ist das? Ich bin für mich! Ich bin für mich! Das ist... Das ist das... Das war's für mich. Soya! 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 Da mal die Körse. Oh, gut. Äh, macht der immer noch in den Talze. Oh. das Tor ab geht halt irgendwie ein bisschen bis ja komm komm ich bin jetzt los ja komm nochmal nochmal yes, 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 yes ah nein oha komm ja 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 du 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 Hey, est-ce que tout va bien ? Aller, arrête de traîner. Gli anziani non dovrebbero essere così insistenti. La barriera di contenimento è già pronta. Non d'un culo. Tu e i tuoi peccati. Sprofonderete nell'oscurità per sempre. Oh, c'è la lance di Cephalus. Riesplendent! Mia Stella! Riesplendent! Riesplendent! Però... C'è questo, Claudio-san? Io ho provato a usarti. Questa è la mia punizione. Ormai sono pronto da molto tempo. Tuttavia... Non mi sacrificherò in vano. Riesplendent! Jinkazama... Adesso toccati. Riesplendent! Riesplendent! Ah! Das ist ein Schauspieler. Die Schauspieler sind in der Kordung. Sie sind die Schauspieler. Der Kordung ist ein Schauspieler. die Zeit brauchen. kassi noch nicht ok das ist dann wieder das stichwort für mich und ja wenn es euch gekeimert ein däumchen da lassen und ja könnt mir auch gerne was dazu schreiben ich freue mich das definitiv drauf und ja wenn ihr mehr sehen wollt dass da einfach mal die glocke an und dann kriegt ihr jedes mal eine neue info wenn neue videos kommen und die kollegen zusammen da kommt auch wieder nächste woche wieder neue videos und dann sehen wir uns bis in der nächsten folge